Hi, mein Name ist Gilles. Sehr schön, dass ihr da seid. Im heutigen Video geht es um den wahrscheinlich beliebtesten Herrenduft von einer der bekanntesten, am meist gehypten Duftmarken der letzten Jahre. Ich spreche natürlich von Leitzen von Parfum de Mali. Die Marke Parfum de Mali gibt es seit knapp 2010, 2011. Und umso bemerkenswerter ist es, dass sie, obwohl sie noch relativ jung sind, viele ältere, bekannte Nischmarken, wie zum Beispiel Amouage, Killian, Bayredo, in den Schatten gestellt haben. Zumindest was die Verkaufszahlen angeht. Parfum de Mali hat einen Megasprung nach oben gemacht, besonders seit 2020 und gehört mittlerweile zu den bekanntesten, wenn nicht sogar zu der bekanntesten Duft-Nischmarke der Welt. Zum ersten Mal habe ich Leitzen in Düsseldorf in einer Boutique gerochen, weil in Köln gab es die Düfte von Mali überhaupt nicht. Mittlerweile fallen mir spontan sechs Boutiquen ein, sechs Parfümerien, wo man die Düfte von Parfum de Mali testen kann. Das heißt, ihr seht, wie erfolgreich die Firma mittlerweile geworden ist. Kommen wir jetzt zum Duft. Wie riecht Leitzen überhaupt? Mal sprühen. Ich hoffe, man sieht das ganz gut in der Kamera. Ja, Leitzen eröffnet mit ganz viel Früchten. Wir haben Bergamotte, wir haben Mandarine und so einen saftigen Apfel. Gleichzeitig haben wir Kardamom. Ich liebe Kardamom. Kardamom ist eines meiner absoluten Lieblingsgewürze. Das ist also eine absolute Kardamombombe. Wenn man den Duft auf der Haut trägt, wirkt er am Anfang wirklich sehr frisch, zitrisch, fruchtig, würzig. Und dann mit der Zeit geht diese Frische immer mehr zurück. Und man merkt im Hintergrund schon so eine Süße, die sich immer breiter macht. Und es wirkt wirklich wie so ein feiner, süßer, leckerer Schleier, der diese Apfelnote richtig umrahmt. Wir bekommen weiches Sandelholz dazu. Weiches? Weiches? Habe ich weiches? Wir bekommen weiches Sandelholz dazu. Ein bisschen Patchouli. So ganz minimal erdiges Patchouli. Und wie gesagt, diese süße Vanillenote. Und die dann diese Gesamtkomposition so richtig fein ummantelt. Und dazu ein klarer, sauberer Moschus. Und der gibt dem Duft sowas ganz feines, pudriges, edles. Das heißt, noch einmal, frisch am Anfang, fruchtig, Gewürzbombe mit Kardamom, dieses weiche Sandelholz, süße Vanille und der klare, saubere Moschus. Und diese Kombination ist phänomenal. Die ist atemberaubend. Und nicht umsonst, nicht umsonst, Leute, ist das einer der erfolgreichsten Herrendüfte überhaupt in den letzten sieben, acht Jahren gewesen. Er erinnert mich an einen leckeren, hochkalorischen, saftigen Apfelstrudel mit ein bisschen Vanille, Puder, Puder, Puderzucker obendrauf. Unglaublich deliziös lecker. Und ein Attribut kommt mir sofort in den Sinn. Sinnlich. Okay, zwei. Verführerisch. Okay, noch eins. Erotisch. Das ist er sinnlich, verführerisch und erotisch. Das ist ein absoluter Mega-Homerun von Parfum de Mali. Und wie gesagt, nicht umsonst ist das einer der verkaufsstärksten, bestverkauften Herrendüfte der letzten Jahre. Er ist in der Herrenkollektion. Da ist er vermarktet. Es gibt eine Damenkollektion von Parfum de Mali und es gibt eine Herrenkollektion. Die unterscheiden sich in den Flakondesigns. Das heißt, für so nicht besonders schlaue Leute wie mich, die sehen dann A, Damenflakon, Herrenflakon, okay. Ich kann ihn mir auch an einer stylischen, coolen und humorvollen, netten Dame. Ich mag nette Damen, mit denen man gute Gespräche führen kann. Den kann ich mir da auch perfekt vorstellen. Aber 65, 35 Prozent definitiv auf der männlichen Seite. Ja, wenn ich an Layton denke, wenn ich diesen Duft an meine Nase führe, dann denke ich an Spaß. Ich denke an Party. Ich denke an Verführung. Ich denke an Kopf ausschalten. Einfach das Leben von der besten Seite genießen. Ein Duft, zu dem ich immer greife, wenn ich nicht weiß, was ich tragen soll. Also Layton, es ist Layton. Das ist ein Duft, der geht das ganze Jahr über. Den kann man im Büro tragen. Okay, schieben wir das Büro zurück. Den kann man zum Weggehen tragen. In den Club, in eine Bar, Kino, zu einem Date, zu allen leichten, schönen, spaßigen, abenteuerlichen Situationen. Da sehe ich Layton und auch das ganze Jahr über. Ich finde, er passt hervorragend vom Herbst in den Frühling hinein. Da kann er seine Stärken total ausspielen. Aber ich trage ihn auch gerne im Sommer da dezent dosiert mit ein, zwei Sprühern, weil er ist stark. Er hat wirklich Power. Auf meiner Haut kann ich ihn entspannte zwölf Stunden plus wahrnehmen. Auf Klamotten zwei, drei Tage. Und die Siage ist auch raumfüllend. Bei zwei, drei Sprühern füllt ihr einen Raum von 20, 25 Quadratmetern. So stark ist der. Und das sind die meisten Düfte von Parfum de Mali, weil ihr bekommt neben einem hochwertigen Flakon, einer wahnsinnig schweren Kappe, mit der ihr Leute umlegen könnt, wenn ihr wollt, bekommt ihr eine tolle, herausragende Duftqualität mit erlesenen Zutaten. Ich empfehle den Duft jedem, aber auch jeder, die auf frische, fruchtige, würzige Düfte steht, mit einer pudrigen, holzigen Vanillebasis. Das ist ein wahnsinnig leckerer Duft, der sehr sexy ist, der dir viele Komplimente einbringt und der Parfum de Mali aufs nächste, nächste, aufs nächste Level gebracht hat. Ich erwähne das, weil ein Investor hat sich bei Parfum de Mali eingekauft. Man kann sagen, er hat sich eingekauft und man kann sagen, er hat die Firma gekauft. Sucht es euch aus. Man munkelt, dass 700 Millionen Dollar geflossen sind für Parfum de Mali und für Inicio, das ist die Tochterfirma. 700 Millionen Dollar. Für eine Firma, die erst relativ spät in den Nischenmarkt eingestiegen ist. Es ist ein gigantischer Erfolg. Es ist einfach eine absolute Erfolgsstory und ich finde die Firma immer noch wahnsinnig spannend. Ich freue mich auf jedes Neues Release. Immer wenn ein neuer Duft von Parfum de Mali rauskommt, muss ich ihn riechen und die meisten Dufte landen irgendwann mal in meiner Sammlung. Und wenn ihr Bock habt, könnte ich ja auch mal eine Top Ten Liste von Parfum de Mali machen. Meine 10 Lieblingsdüfte von Parfum de Mali. Wenn ihr Lust drauf habt, schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. und wir sehen uns beim nächsten Mal.